15 Pferdemomente, von denen du nicht glauben wirst, dass sie wirklich passiert sind. Sieh dir unsere Zusammenstellung einiger der unglaublichsten Pferdemomente aller Zeiten an. Von lustigen Momenten zwischen zwei ungleichen Gegnern bis hin zu geradezu beängstigenden Videos von Pferden, die Menschen angreifen. Hier sind 15 Pferdemomente, von denen du nicht glauben wirst, dass sie wirklich passiert sind. Nummer 15 Pferd spielt mit riesigem Ball Dieses bezaubernde Video eines Pferdes, das mit einem Ball spielt, hat im Internet für viel Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem, weil es offensichtlich ist, dass sowohl das Pferd als auch sein Besitzer viel Spaß haben. In dem Video passt der Besitzer den Ball zum Pferd, das ihn dann herumkickt und damit herumrennt. Das Video wurde bereits über 1,8 Millionen Mal angesehen und 9000 Mal retweetet. Viele Menschen schätzen die ungestüme und verspielte Art des Tieres. Nummer 14 Pferd stürzt, nachdem der Reiter die Kontrolle verliert. Ein unglaubliches Video eines Pferdeunfalls versetzt alle in Aufregung. Es zeigt den kurzen Moment, in dem der Jockey die Straße hinunterrollt, bevor er gegen die Leitplanke prallt. Viele Menschen waren schockiert, da es nach Tierquälerei aussieht. Andere wiederum fanden es lustig. Was denkst du? Nach Angaben von Schaulustigen hat der Reiter das Pferd zu mehr Tempo angetrieben, was dazu geführt haben könnte, dass es von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gerutscht ist. Es gibt keine Informationen darüber, wie schwer Pferd und Reiter verletzt wurden. Aber es wurde deutlich gemacht, dass auch andere Verkehrsteilnehmer von dem Unfall betroffen waren. Nummer 13 Pferd macht einen Rückwärtssalto über die Leitplanke Nichts hätte die Menschen auf diesen absolut verblüffenden Moment vorbereiten können, indem ein Pferd aus der Startbox schießt und auf die Rennbahnumrandung zusteuerte, während sich die Arbeiter in Sicherheit bringen. Das Pferd macht einen Rückwärtssalto über das Geländer und stürzte auf den Rücken. Niemand weiß, warum das Pferd Dark Eclipse das tat. Vielleicht hat es zu viele Talentshows gesehen und wollte sie nachmachen. Nummer 12 Mürrisches Pferd wird von lästiger Henne belästigt Dieses lustige Video zeigt eine kurze Interaktion zwischen einem Pferd und einem Huhn. Wir wissen nicht, was sich das Huhn dabei gedacht hat, aber anscheinend wollte es unbedingt etwas zu essen. Dem mürrischen Pferd war das egal. Während es aus seinem Futternapf fraß, kam das Huhn und hoffte, einen schnellen Bissen zu ergattern. Auch ohne hörbare Konversation können wir erkennen, dass das Pferd wollte, dass das Huhn sich von seiner Mahlzeit fernhält. Leider akzeptiert das Huhn das nicht und in einem schnellen, entschlossenen Moment stampft das Pferd auf den Boden. Zum Glück entkommt das Huhn dem Angriff, aber der Futternapf wird umgeworfen. In diesem Krieg gab es keinen Gewinner. Nummer 11 Pferd frisst Küken vor den Augen der Henne Nichts hätte die Henne auf den Schreckensmoment vorbereiten können, als sie sah, wie ihr kleines Küken von dem großen bösen Pferd verschlungen wurde. Das Video hat gemischte Reaktionen bei den Zuschauern hervorgerufen, vor allem, weil niemand es hätte vorhersehen können. Was wie ein schöner, warmer Tag für eine Henne und ihre drei Jungen beginnt, wird zum Horror, als das Pferd im Video eines der Kleinen ohne zu zögern aufhebt und frisst. Sehr zum Leidwesen der Mutterhenne, die das Pferd angreift. Der Videoclip geht seitdem viral und es wird darüber diskutiert, ob Pferde reine Pflanzenfresser sind oder nicht. Was denkst du? Nummer 10 Wildpferd gegen Alligator Ein paar Freunde feierten ihren Schulabschluss, als sie die wohl bizarrste Konfrontation aller Zeiten filmten. Der Clip zeigt eine Gruppe von Pferden, die in einem nahegelegenen Gebüsch grasen und einen Alligator nur wenige Meter davon entfernt. Alles scheint gut zu gehen, bis sich eines der Pferde von der Gruppe trennt und den Alligator angreift. Es trampelt zweimal über ihn, bevor das Reptil sich wehrt und nach dem Pferd schnappt. Beide blieben unverletzt, aber so etwas Verrücktes sieht man nicht jeden Tag. Nummer 9 Aggressives Pferd greift Mann an und zerfleischt ihn Pferde können liebenswert sein, aber du willst nicht ihre andere Seite kennenlernen. Der Mann in diesem Video hatte kein Glück, als er die Aufmerksamkeit eines Pferdes erregte, das dafür berüchtigt ist, Menschen in der Region Sverdlovsk in Russland anzugreifen. Das Video ist ziemlich grausam, denn das aggressive Pferd warf das Opfer um und attackierte es mit Hufen und Bissen. Später wurde berichtet, dass der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde und glücklicherweise überlebte. Nummer 8 Pferd kickt Mann mit Hinterhufen In einigen Fällen verhalten sich Pferde unangemessen. Manchmal endet das mit Verletzungen, manchmal ist es aber auch einfach nur lustig. Dies ist einer dieser Momente. Ein Mann ging mit seinem Pferd die Straße hinunter, während ein anderer Mann hinter dem Tier herlief und es immer wieder am Schwanz zog. Das Pferd hatte wohl genug und beschloss den Mann mit seinem Hinterbein leicht zu treten. Der Mann taumelt und fällt vor Schreck um. Er sieht unverletzt aus, aber sein Stolz hat definitiv einen Schlag abgekommen. Nun, der Mann hat an diesem Tag eine wichtige Lektion gelernt. Zieh nicht am Schweif eines Pferdes. Nummer 7 Ein Pferd veralbert Hunde Im Internet gibt es viele merkwürdige und lustige Videos, aber keines davon ist so beeindruckend wie dieses. Ein Video von einem Pferd namens Sven ging viral, vor allem weil der Clip etwas Unerwartetes zeigt. Man sieht, wie Sven mit seinen Hundefreunden durch den Wald rennt, gegen ein paar Bäume tritt, auf seine Hundekumpels furzt und dann davonläuft. Zweifellos eine sehr merkwürdige Kombination, aber trotzdem ziemlich lustig anzusehen. Seitdem das Video online gestellt wurde, hat es mehr als 12 Millionen Aufrufe und 25.000 Kommentare erhalten, in denen sich verschiedene Nutzer mit dem Tier identifizieren und es mit einem ihrer Familienmitglieder vergleichen. Erinnert dich dieses Pferd an jemanden? Nummer 6 Junge ärgert Pferd und wird getreten Pferde haben eine Menge Kraft in ihren Hufen und natürlich möchte niemand das Opfer eines Hufangriffs werden. Dieser kleine Junge wird diesen Moment so schnell nicht vergessen. Er ärgerte das Pferd immer wieder und das Tier beschloss, dass es genug hatte. Unerwartet trat es den Jungen gegen ein nahegelegenes Motorrad. Zum Glück erlitt der Junge keine Verletzungen, aber er hat eine wertvolle Lektion gelernt. Nummer 5 Hofkämpfe Dieses ist eine klassische David gegen Goliath Begegnung, bei der eine kleine Ziege versucht, einem riesigen Pferd einen Kopfstoß zu verpassen. Aber diesmal ist es noch lustiger, denn jedes Mal, wenn die Ziege sich auf die Hinterbeine stellt, um einen Angriff zu starten, trifft sie so schwach, dass das Pferd amüsiert zu sein scheint. Offenbar möchte das Pferd die Ziege lieber beschnuppern. Das geht eine ganze Weile so, bis die Ziege aufhört und sich geschlagen gibt. Das ist eines dieser Videos, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Nummer 4 Eine verrückte Katze greift ein Pferd an Man findet es oft lustig, wenn ein kleineres Tier versucht, ein größeres Tier anzugreifen. Aber in diesem Fall war die Aggression völlig unerwartet. Während einer Übung in einer Reithalle sprang diese Katze grundlos ein Pferd an und attackierte es mit ihren Krallen. Natürlich war das Pferd überrascht und stürmte vorwärts. Wir können nur raten, was die Katze dazu veranlasst hat. Nummer 3 Ein wütendes Pferd greift ein unschuldiges Fohlen an Viele von uns würden Geld bezahlen, um herauszufinden, was zu diesem kleinen Krieg geführt hat. Dieses Pferd hob ein Fohlen immer wieder mit dem Maul auf, biss es und warf es zu Boden. Das Fohlen hat keine Chance zu entkommen. Ein Passant versuchte, das aggressive Pferd mit einem riesigen Stock zu vertreiben, während die Hunde bellten. Es war so schnell vorbei, wie es angefangen hatte und das Fohlen wurde in Sicherheit gebracht. Nummer 2 Pferd greift Mann an Manchmal bekommst du Ärger, obwohl du dich nur um deine Angelegenheiten kümmerst. Das war genau das, was dieser Mann tat, bis das Pferd kam und versuchte ihn zu beißen. Der Mann wurde umgestoßen und revanchierte sich, indem er das Pferd mit Wasser bespritzte. Es ist leicht, das lustig zu finden, besonders wenn du nicht derjenige bist, der angegriffen wird. Nummer 1 Pitbull greift Pferd an Dieser Pitbull hatte definitiv noch eine Rechnung mit dem Pferd offen. Das Pferd blieb ruhig, versuchte aber sich zu verteidigen, indem es wütend nach dem Gegner trat. Einige Helfer versuchten den Hund vom Angriff abzuhalten, was ihnen irgendwann auch gelang. Das Video wurde bereits über 3 Millionen Mal angeschaut und viele Nutzer fragen, warum der Hund nicht angeleint war. Das ist eine sehr wichtige Frage. Wurdest du schon einmal von einem Pferd angegriffen? Wir würden gerne alles darüber hören, also hinterlasse unten einen Kommentar. Vergiss nicht, das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat und uns zu abonnieren, um mehr tolle Inhalte zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.